So Leute, für die, die es nicht gemerkt haben, heute wurde ja gestreamt und zwar glaube ich jetzt zwei Stunden, bis ich daneben mal kurz AFK gegangen bin, weil ich dann meinen Eltern mal was helfen musste und dann natürlich mussten sie das Internet ausschalten, also besser ging es auf jeden Fall nicht, dass sie das Internet dann in dem Moment ausmachten und ja, so ging auch der Stream erstmal flöten, tut mir auf jeden Fall leid, war jetzt eigentlich nicht so geplant und deswegen würde ich einfach mal sagen, geht es morgen weiter. Spaß beiseite, also es geht auf jeden Fall heute natürlich weiter, jetzt genau auf Twitch, schaut auf jeden Fall rein unter www.twitch.tv slash DennisGamingTV, ich streame auf jeden Fall ein bisschen weiter zusammen mit dem Freddy, spiele ich mal so ein paar Spiele noch so bis so circa, ja, kommen 22 bis 23 Uhr, können wir noch so streamen, spielen wir mal ein bisschen gegeneinander, spielen vielleicht auch ein bisschen online und dann vielleicht auch geht es weiter mit der Livestream-Karriere mit dem FC Liverpool, wir sehen uns auf jeden Fall gleich oder wenn ihr vielleicht den Stream sogar gar nicht gesehen habt, dann könnt ihr da auf jeden Fall wieder reinschauen, ich denke mal die Parts dann werden auch bald in nächster Zeit hochgeladen, die zwei Parts, die dann eben von der Livestream-Karriere entstanden sind und dann würde ich einfach mal sagen, freue ich mich euch gleich zu sehen und dann würde ich einfach mal sagen, bis gleich!